Hallo Leute, hier sind wir wieder von der Adfolix und heute wollten wir euch ein neues Gerät zeigen, das sehr spannend, erst am 11. März rauskommt und zwar ist es das Samsung Galaxy S7 Edge. Und das haben wir hier in Gold, wobei, also die Farbe ist echt schön, also wie man hier so schön sehen kann, in gewohnter Samsung Qualität. Und wie hier haben wir wieder diese gebogenen Kanten, wie von dem Edge halt üblich. Und es kommt erst in ein paar Tagen raus und deswegen sind wir super aufgeregt, dass wir das schon hier bei uns in den heiligen Hallen haben. Warum ist das schon bei uns? Wir wollen natürlich sicher gehen, dass wenn ihr euer neues Gerät kauft, dass ihr direkt bei uns eine passende Schutzfolie kaufen könnt, um euer neues Gerät optimal zu schützen. Und natürlich haben wir dann auch Folien, die entsprechend auf die geschwungenen Kanten des Galaxy S7 im Endeffekt angepasst sind. Also werdet ihr ein wundervolles neues Telefon in den Händen halten und in üblicher Adfolix Qualität werdet ihr dann auch euer Telefon super benutzen können, ohne dass ihr Angst habt, dass es dann zerkratzt oder halt unschön aussieht. So, das war es auch schon von uns und ich hoffe, euch hat dieser kleine Sneak Peep gefallen. Falls ihr dieses Video mögt, einfach einen Daumen nach oben geben. Abonniert uns, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und wir wünschen euch noch alles Gute. Bis dann!